Du kannst nur lachen, oder? Ufa, ja ufa, ja. Ginger, ich seh schon, du hast anscheinend Durchfall. Fantastisch! Die Grüße folgt seiner neuen Folge, Freunde. Sagt, liebe Babys. Hier auf dem Katzenkinder-Kanal. Müsst ihr das heute tun wollen? Nimm den Wechseln! Hey! Oh, die Katze, Ginger, da liegt alles. Lass das anfangen. Gut, dann würde ich es lernen. Ginger, ich glaube deine Winde ist voll. Wir sollten diese Maschine wechseln. Ja, hallo, hallo da! Bei dir können wir die Wände wechseln lassen. Einmal los! Haulichern! Begift es dir! Und Harry wartet auch schon. Ob seine Winde auch schon voll ist? Uiuiui, Ginger, das hast du denn gemacht. Kein Ding! Wir schmeißen die Winde einfach in den Mühe einmal. Und waschen dich natürlich. Damit dein Kuchen auch wieder sauber ist. Ist doch kein Problem. Oder brauchen wir noch mehr Feuchttücher. Damit es auch wirklich alles sauber ist. Tja, ich habe hier. Und bitte schön, eine neue Winde wippig. Und? Wollen wir weiterspielen, oder? Oh nein, Ginger! Was ist denn hier los? Das findest du jetzt lustig, oder? Das du in die Hosen gemacht hast. Oder besser gesagt in die Winde. Wo? Moment mal. Erstmal ziehen wir deine Winde ab. Oh je, das geht echt nicht gut, nicht wahr? Dann wollen wir jetzt mal... ... alles wegputzen. Hitzel das? Tut mir leid, Ginger. Aber jetzt bist du wieder sauber. So, jetzt können wir wieder los spielen. Okay, bist du bereit? Oh Ginger, wir schon wieder. Ja. Das kann nicht sein. Oh. Schau mal, das riecht auch wirklich komisch. Oh je, oh je, oh je. Na ja, auch sehr gut. In den Müll. Meine Lieben, wenn euch das Video gefällt, dann verlass doch einen Daumen hoch und abonniere den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich so freuen, wenn zeissen wir, dass ihr auf jeden Fall noch weitere Freunde davon sehen möchtet. Hallo. Hallo. Bitteschön, Ginger. Jetzt bist du wieder frisch. Und? Geht es dir schon besser? Oh, Ginger. Was machen wir bloß mit dir? Wie ich sehe, hast du Freude daran, Stimmbuch in die Wendung zu machen. Ja, Ginger. Was machen wir jetzt? Jetzt möchte ich mit Feuer in den Augen laufen. Und Flugauf hast du anscheinend auch noch. Mhm. Findest du das immer noch lustig? Hä? Ich weiß, Ginger. Du kannst ja nichts dafür. Aber trotzdem. Wir haben doch gerade so die Windeln gewechselt. Ja. Na gut. Ob der Mensch in die Mehtrolle. Dann wollen wir doch mal die Windeln wechseln und dich wieder rein und sauber putzen. Und flaschen. So. Fertig. Schon geschafft. Und bitteschön. Ja, liebe Ginger. Du kannst nur warten, oder? Oh, feier, oh, feier. Ginger, ich fühl schon. Du hast anscheinend nicht frei. Sonst würdest du nicht ständig etwas ablassen können. Aber gut. Kein Problem. Wir sorgen dafür. Hey. Was ist denn los, Ginger? Ginger. Du musst doch nicht weinen. Es ist doch alles gut. Weil wir werden dir helfen. Juhu, das stimmt aber. Hey, cool, cool. Dann wollen wir direkt mal wieder alles rein und sauber machen. Hast du denn dein Feuchttuch? Aber willst du es nicht mal selbst probieren? Hier, gib es in die Hand, Ginger. Ja. Ach, Ginger nicht freuen lassen. In die Hand nehmen. Und putzen. Ja. Was ist denn los? Das musst du auch hören. Ja. Irgendwann bist du groß genug und du musst es selbst können, weißt du? Na gut, ich helfe dir. Ginger. Hey, alles ist gut. Wir müssen euch weinen. Ich werde dir helfen. Dann ist alles wieder weg. Und wir bist wieder frisch und sauber, okay? So. Ach, denn das Kessel fällt ein bisschen. Aber ganz geschafft. Hm. Oh, Ginger. Die kleine süße Maus. Oh weh, oh weh, oh weh. Und zack. Noch einmal. Na super toll. Aber wir helfen dir. Das sollte doch kein Problem sein. So. Hey, du fühlst dich wieder frisch und mutterlich dran. Und auch damit auch in der Tonne. Also läuft man natürlich nicht auf den Boden. Ja. 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 Das macht super lustige Geräusche, findest du nicht auch? Okay, du bist wahrscheinlich eher schockiert, weil du, naja, wieder etwas Kot in der Hose hast, was in der Winde. Oder. Man kann auch Kaka dazu sagen. Gut, dann entfernen wir auch diesmal den Kot. Und dann schmeißen wir es rein. Vielleicht bist du eine Sauer und die Hose hat wieder gekitzelt. Aber jetzt bist du fertig. Ginger, wir sollten gleich mal schauen. Aber das sieht so klein wie man so aussieht. Ich glaub die anderen müssen auch unbedingt mal die Windeln wechseln. Ginger? Ginger, das ist gar nicht mehr so lustig. Weißt du das? Ach Ginger. Ja. Du kleine süße Maus. Das findest du, dass ich kenne dich doch. Okay Ginger, komm. Dann wechseln wir nochmal deine Windeln. Aber bald sollten wir die anderen holen, okay? Ja, das wird gar nicht gut. Ich weiß. Willst du nochmal versuchen, selbst ein Kugel zu waschen? Hm? Und man hier ist eine Serviette, beziehungsweise ein Feuchttuch, ja? Ja, bitteschön. Wissen hab ich jetzt gemacht? Jetzt hab ich dir gezeigt, wie das geht. Oh, das ist aber hartlich. Du hast jetzt ordentlich in die Genehmigung. Du machst wirklich viele Tücher dafür. So, jetzt haben wir selber geschaut. So, das war ein bisschen hartnäckig. Aber am Ende ist es wichtig, dass man dabei bleibt. Denn Hygiene ist das A und O. Niemals vergessen, sich zu laschen. Okay, um sowas los, ein letztes Mal. Dann werden wir dein Höschen wechseln, deine Windeln. Aber danach holen wir die anderen, okay? Dann holen wir Hauweh. Und... Oh! Das war jetzt aber wirklich ein... Oh, kleiner, das war schon. Haha, hehehe. Ach, hier steht das Spiel. Okay, komm, wir helfen dir Ninja. So. Ich hoffe, du musst danach nicht aufschlößen. Du schaltst sehr viel gebessen zu haben in den letzten Folgen. Okay, jetzt bist du in Hauweh. Du wartest auch schon bereit. Du möchtest auch deine Windeln wechseln, was bestimmt. Dann komm, dann bei uns, ja? Hallo, Roboter. So. Du musst dann einmal kurz die Windeln wechseln lassen. Hauweh. Natürlich machst du auch hier. Mal in die Löwen. Und ab dann nicht in die Tonne. So gehört sich das. Alles was täglich ist, wird gewischt, wird sauber gemacht und kommt dann in die Tonne. Achtet ihr bitte immer darauf, dass ihr das niemals in die Tonne werft. Hauweh. So, Hauweh. Alles gut? Oh, oh. Das ging nur wortwörtlich in die Hose. Gute Sonne sagen. In die Windeln? Ja. Okay. Ja. Die Windeln stimmt. Extrem. Oh, 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 oh. Riecht gar nicht gut, was Hauweh? Dann weg damit. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Ein Feuchttuch. Und dann wischen wir das alles weg, damit gewischt. Dann weg damit. Und dann wischen wir das alles weg, damit gewischt. So. So, oh, ein bisschen isst da noch was? Das müssen wir auch noch entfernen. Unzack! Ein Feuchttuch im Daddy Renbauer. Hauweh! Das ist wieder etwas ganz, ganz Lustiges mit dich nicht wahr, Hau genug. Oh, Hauweh, ich glaube, ich würde dir uns da auch durchfallen. Habt ihr vielleicht etwas falsches gegessen? O auch nie! Nur so ist Hauculos, Han. Mensch, heul mir nie. Ist alles okay? Heul mir her. Du wechseln mit einer Hängel, okay? Ist doch alles kein Problem. So, ab damit, irgendwie toll. Damit das wieder sauber ist. Und jetzt? Möchtest du das nur versuchen, Heul mir? Ja, bitteschön. Ich helfe dir nochmal. Aber du musst es genau so klücher lernen. Dass du dir selbst alles machen kannst. Nicht nur hier. Auch später musst du lernen, für abständig zu sein. So, jetzt bist du wieder frisch, mein lieber Harvey, okay? Oh, 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 oh. Oh, Harvey. Du mein, der süßer Hund. Dass du immer in die Medien machen wirst. Und das direkt nachdem ich sie gewechselt hab. Na gut. Dann wollen wir doch direkt mal wieder alles wegwischen. Na Wappala. Vorher hab ich jetzt was verpasst. Ja. Mama, ich probier du es mal. Oh. Harvey, du musst es schon in die Hand nehmen. Genau. Hehehe. Pff. Muss sie das nicht verhäustig? Oh, jetzt probier es mal. Na gut. Ich helfe dir. Hehehe. Hehehe. So. Jetzt sind deine Sonne. Hehehe. Haben die meine Medien? Hehehe. Sollen wir weiterspielen, Harvey? Hehehe. Oh, Harvey. Also so können wir nicht weiterspielen. Ich dachte, dass wir jetzt gemeinsam mit Klötzchen spielen. Oh, aber wenn es so ist, sollten wir vielleicht noch mal deine Wende wechseln. Und das machen wir gerne. Du sollst ja auch sauber sein. Sauberkeit ist das A und O. Merkt euch diesen Satz. So. Dann. Hm. Ich sehe schon, Harvey. Soll ich dich in die Hand nehmen? Möchtest du die Feuchttücher nicht, oder? Wirklich kein Versuch? Oh, nee. Na da staunst du, was? Du dachtest es noch ich. Aber so wie das aussieht, muss ich dir wirklich helfen. Na gut. Dann machen wir mal. Und nun ist alles nämlich ganz sauber. Ein bisschen was müssen wir noch machen. So. Jetzt ist alles sauber. 10 Muster sein. Perfekt. Hehehe. Oh, Harvey. Das hört ja gar nicht mehr auf bei dir. Ich sehe schon, ich sehe schon. Was ist? Was ist denn los? Ja. Mach dir doch keine Sorgen. Wir machen das schon. Vielleicht bist du wieder rein und sauber. Das kann ich dir besprechen. Hehehe. Hehehe. Erstaunst du was? Und irgendwie... Du lagerst dich, oder? Du tust so, als würde ich dir gar nichts in die Hand geben wollen. Hehehe. Hehehe. Harvey? Streubst du dich etwas davor? Oh. Du musst was lernen, das ist nicht lustig. Hehehe. Hehehe. Kann schon. Hehehe. Okay, Harvey. Hehehe. Ich sehe schon. Ich soll dir helfen, nicht wahr? Hehehe. Hehehe. Aber das ist das letzte Mal. Hehehe. Denn danach müssen schein, Robin und Jack sind. Hehehe. Die müssen dich auch unbedingt gerne mit den nächsten lassen. Hehehe. 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 Hey, Jinger. Du bist ziemlich frisch. So. Wie können wir Robin? Wo Jack sein? Hehehe. Hehehe. Man, so. Was kann ich hier im Kino? Müssen sie das sein? Vielleicht sind sie gerade bei dem großen... Einstern. 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 Oh, ja, nein. Ich hab' also mit Kias hin gespielt. Das hab' ich mir schön festgedacht. Nämlich auch? Glaubt ihr, dass Robin mit Knitzen gespielt wird? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was all die Götis so machen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Okay, Leute. Dann hüpfen wir mal wieder. Ja. Da war eine Tonartig schrecklich. Sag mal. Das heißt, dass du gekommen bist. Yay. Los geht's. Okay, Robin. Dann werden wir nur hier. Oh, ja, du weißt ja. Das war aber ordentlich. Dann wollen wir das nur weg machen. Lass mal ziehen wir deine Windel abmüchen. Oh, ja. Oh, ja. Das stimmt auch damit in die Tonne. Und jetzt, nimm dein Falktuch und wischen einfach alles weg. Damit du wieder sauber bist. Hey, was ist denn das hier? Das weiß ich nicht was? Und wie du mit deinem Bein wackelst. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Hey, du schwingst deinen Tanzgeil nicht wahr? Hey, was ist denn los? Möchtest du lieber tanzen? Du kannst zwar tanzen, aber du bist nur gefühle Windeln weißt. Das geht nicht. Ach Robin, was denn geht? Wir sollen das wegmachen, oder? Ja. Oh nein, mal los. Weck damit, wie er stirbt. So, dann nehmen wir ein Feuchttuch und wir sind alles wieder weg. Ich verstehe schon, wie das funktioniert. Ja. Jetzt mal eine Frage an die Eltern oder vielleicht auch ganz, ganz jenen Zuschauer da draußen. Könnt ihr schon alleine aufs Klo gehen? Könnt ihr ganz alleine auf die Toilette? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie weit ihr schon gekommen seid. Da seid ihr noch mittendrin und meint das gerade. Und weg damit. Also Jack, Robin, Harvey und Ginger werden das noch lernen. Vielleicht noch heute, aber in den nächsten Tagen. Vielleicht auch Wochen. Irgendwann sind sie alt genug, um das selbst zu machen. Die wollen doch groß werden, oder? Die kleinen süßen Tierchen. So, weg damit. Hups, 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 so. Und zack in die Toilette. Hier bitteschön. Eine neue Brüder für dich. Oh. Oh. Oh nein, Ginger. Ich meine, Robin, was ist denn da wieder passiert? Ja. Da würde ich genauso schauen wie du. Und so schön ist das nicht. Ja. Bist du erschrocken? Fall jetzt bloß nicht an zu weinen. Robin, genau das, was ich nicht wollte. Hey. Robin, es ist alles gut. Und ich soll nicht weinen. Hier, wir helfen dir. Robin, hey. Wenn du nicht gehörst, dann helfen wir dir, die Indien zu wechseln, oder? Sag mal. Wir helfen dir. Gemeinsam schaffen wir das. Das ist doch ein Kinderspiel. So. Jetzt mischen wir das weg. So. Ist alles wieder sauber. So. So. Und noch Kleinigkeiten müssen gehen und noch werden. Ach, Robin. Hihi. Du kleine süße Vogel. Ich seh schon. Das sieht genauso aus wie bei den anderen. Wenn du so oft musst, so oft in die Windeln machst, dann wird das, meine Liebe, dass du wahrscheinlich durchverlust. Hast du vielleicht irgendetwas Falsches gegessen? Du solltest nicht irgendetwas essen, was du auf dem Boden siehst. Weil die Liebe ist mein Name und Power. Okay? Hm? So. Gleich haben wir es aber. Und? Willst du es versuchen? Ich seh schon, auch du lässt einfach alles fallen. Na gut. Dann hab ich wohl nicht gehabt. Oh. Hast du schon drauf? Hm? Zu viel getrunken? Und da wird zu viel Luft eingeatmet? Hm? So. Kein Problem. Ich laufe das erstmal weg. Hm? Vielleicht geht ein Stück auch auch weg. Hm? Was ist denn los? Hm? Oh, Robin. Ich habe mir doch schon fast gedacht, dass das jetzt passiert. Hm? Okay. Auch damit. Weg damit. Und? Muss ich es jetzt alleine versinken, Robin? Hallo? Hm? Du hast einfach weggeschmissen, Robin. Was sollte das denn? Hm? Okay, Robin. Wenn du es einfach wegschmeißt, musst du es jetzt selbst machen. Ja. Ja, hab ich es richtig gehört. Das musst du jetzt ganz alleine machen. Hm? Hm? Und? Was machst du jetzt? Hm? 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 Die technische Fiskette wird ich für die Krüge erwöhnen. Ist doch alles gut. Komm. Wir sind doch immer wieder im Ziel. Das kannst du nicht alleine machen, das weiß ich. Aber ich helfe dir gern. Moment, da ist dein Stück auch schon wieder gekommen. So, einmal noch? Und wir haben es geschafft. Okay, so dann lassen Sie doch mal gemeinsam nach Jack Ausschau halten. Auch er sollte mal die Sinten wechseln, okay? So, ganz wichtig ist auch Baby-Bruder. Das müssen wir hier nicht tun, haben wir gerade beim Roboter gesehen, dass es da Baby-Bruder gibt. Und doch alles weich bleibt. Und kann die Infektion aufkommen. Geheimdivitation. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo der Hase Jack ist. Der König hier im Freien sein. Wie schaukelt er gerade? Hallo, Allschönchen. Schaukelst du gerade? Viel Spaß dabei. Und hier? Hier ist unser Waschbär. Hallo Waschbär-Freund. Hm. Ob Jack hier schläft? Tatsächlich. Hey Jack. Alles okay? Gut. Wie geht's dir? Du sag mal Jack, ist dein Josef? Hier scheint alles sauber zu sein. Aber weil du schon lange nicht mehr der Gewicht in mir wachsend hast, könnte ich mir gut vorstellen, dass es demnächst so weit ist. Und du? Engel. So sein. Und du ihn nicht machst. Aber du bist so gut. Das ist ja total menschlich. Das furchte mal. Und du? Oh, Heide und Ginger. Schön alle zu sehen. Fuck. Wir haben's gleich geschafft. Da ist doch schon der Roboter. Wir warten bereits auf uns. Hallo Kinder Roboter. Wir sollten mal kurz vorbeinkommen wissen Sie. Und man muss alles so doch mal einredigen. So Jack. Na? Wer hätte das gedacht? Hehehe. Jo, ich hab mir schon fast gedacht, dass sie direkt in der Winnie-Masse ja nicht hier sind. Huiuiui. Das ist aber ein großer Heck. Du scheint sehr viel gegessen zu haben. Ja, aber ihr seht ihn jetzt einfach. Bitte schön. Ich hoffe, dass es nicht durchfällt wie die anderen. Okay. Dann spielen wir nicht. Hey, du musst nicht traurig sein. Was ist, musst du dir sagen? Ja, ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt nicht das Feuchel gegessen. Oh nein, ich wollte dir jetzt keine Angst machen. Aber ich hab so das Gefühl, dass alle Kinder durchfall waren. Oh. Na gut. Wenn das wieder weg geht, ist das ja halt so wild. So. Bitte schön. Hier gibt's ein Feuchttuch und wir machen nicht wieder Salva. Und geschafft. Ja, ich hab damit in die Welt kommen. Ja. Und eine neue Linie. Ja. 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 Da kam wieder das Haus und lockt du das Schluck auf. Mensch, Jack. Was ist denn los? Dann habt ihr alle so viel gegessen und getrunken, dass ihr es so oft in den Windeln machen müsst und immer Schluck auf habt. Ja. Ja. Na gut. Ich muss sagen, vor allem hat Salva sogar ein Bäuerchen gemacht. Und der hat ordentlich zugeschlagen. Wenn es ums Essen geht, ist er immer gleich der Erste. Okay. Werfen und Flötchen, der Hase, der Vogel, der Hund oder die Katze hat am meisten Angst vor dem Windeln wechseln. Und wer hat vielleicht sogar Spaß dabei? Was glaubt ihr? Schreibt eure Meinung? Gerne in die Kommentare rein. Ja. 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 Das ist aber hartnäckig. Ja. Noch ist nicht alles weg. Upsala. So. Magst du es mal versuchen? Ja. 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 Genau. Das geht doch gar nicht gut. Gleich mal in die Tonne damit. Und ein Valttuch ausruhen und alles wie ich da in der Pirschen. Und du selber bist, wo du fassen kannst. Okay, das hätten wir dann schon mal geschafft. Oh, oh, das können wir in die Hose. Geht, was machen wir jetzt? Ist es wenigstens mal versuchen, eine Reine hinzubekommen? Hm? Ja? War das ein Ja oder eher ein Nein? Okay, du möchtest wohl nicht. Gut, was heißt, ich helfe dir. So, oh, noch ein Feuchttüschchen. Und eins brauchen wir aber noch. Gut, ich bist ja hier. Sehr Dank, ich habe eine Reine wieder für dich. Sehr toll. Okay, Jack. Dann veraufschieden wir uns von allen. Ich bin jetzt. Mach's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Rechts oben gibt's einen Video-Vorschlag. Kommt einfach mit eurem Finger da drauf. Und ihr kommt direkt zum Video. Ansonsten, nicht vergessen die Final-Zeiten hier, wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt da zumindest auf das Katzen-Symbol für gute Fallzeiten und dann abonnieren. Will euch sehr freuen. Oh, es passt. Oh, es steht. Au rei. Wau au rei. Wau au rei.